Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der LSFM. Heute geht es um das Thema Zahlen, Daten, Fakten. Wir zeigen Ihnen bereits jetzt, wie die Charts aussehen werden, mit Zahlen oder ohne Zahlen, unsere persönliche Meinung, das wir schon x-mal erlebt haben. Ebenso haben wir den US30 dabei, Bitcoin, XRP, HBAR, PYR und IMX. Amazon steigt ebenso in den Gaming-Sektor ein. Wir sind sich davon überzeugt, wie immer alles nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der LSFM. Heute besprechen wir gemeinsam die Zahlen, das wird alles entsprechend kommen. Ebenso US30, Bitcoin, XRP, HBAR. Wir kaufen nun ein in zwei Werten. Wir zeigen es Ihnen gleich, beziehungsweise 3, PYR und IMX. Auch da möchten wir gleich nochmal was dazu sagen. Wir hatten den schon gebracht, aber Sie kennen unsere Videos. Wir geben Ihnen sehr gerne mehr Wert. Unser Insiderwissen, ebenso unser Handeln. Dafür würden wir uns freuen, wenn Sie einen Daumen da lassen. Herzlichen Dank. Und ja, es wird wild. Alle sind verrückt nach den Zahlen. Wir sagen Ihnen, es wird schön volatil. Und wir können schön in dieser Volatilität traden. Wir werden morgen bereits ein Szenario für uns erarbeiten. Das heißt, wir werden morgen schauen, dass wir dieses Szenario traden. Wenn nicht sogar heute Nacht es entsprechend Bewegung gibt. Unser Szenario ist bereits auf dem Chart. Wir haben es Ihnen gestern gezeigt. Das hat sich bisher 100% so ausgespielt. Wir sind sehr happy, dass das so gekommen ist. Dass wir den Markt wieder erkannt haben. Und wir bleiben bei unserem Primär-Szenario. Wir zeigen Ihnen das gleich. Und die Warnung, die wir gestern rausgegeben haben, an alle Bären. Wir bleiben dabei. Die Bären werden ihren Honig bald einpacken können. Unsere persönliche Meinung hierzu. Starten wir mit dem US30 Dow Jones. Für uns steht der US30 auf halb acht Stellung. Das heißt, für uns Durchbruch. Dieser Durchbruch wird entsprechend nun hier kommen. Gehen wir davon aus. Natürlich keine Garantie. Aber unsere persönliche Meinung nach diesem aktuellen Verlauf. Das möchten wir Ihnen mitteilen. Wir haben diese beiden Szenarien. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier mit einem Short nach unten wicken. Und dann geht es in den Long. In den Short bis hier runter Long. Wir haben es Ihnen gesagt. Wir bleiben bei Long. Das ist unser Primär-Szenario. Und aktuell gehen wir auch davon aus. Natürlich gibt es das bärische Szenario. Auch möchten wir auch gar nicht Ihnen vorenthalten. Aber das ist aktuell unsere persönliche Meinung. Und diese geben wir sehr, sehr gerne hier auf YouTube Ihnen mit. Und teilen wir sehr gerne. Dann gehen wir direkt zu Bitcoin. Schauen Sie mal, was wir gestern gezeichnet haben. Wenn Sie unser Video von gestern angeschaut haben. Wir haben Ihnen gezeigt, dass wir diese Flag haben. Dass wir hier nach unten sind. Sie sehen das minimal hier. Unsere Zielbox getroffen. Und massive Anstiege. Dann haben wir gesagt, wir haben hier eine größere Bär-Flag. Und das wird sicherlich so laufen. Wir brechen hier aus. Faken hier runter. Und von dort geht es dann entsprechend höher. und boom, Richtung 25,7, 25,8. Dort werden wir unsere Short-Positionen setzen. Und ja, alle, die in der Trading-Gruppe sind, wissen auch hier das Szenario bereits. Ebenso Ethereum. Dann werden wir eine Korrektur erleben. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir eine 14-tägige ruhigere Phase bis Korrektur sehen werden. Das heißt, auch hier in der kommenden Handelswoche, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass es heute ist. Beziehungsweise diese Woche, wir gehen eher davon aus, wenn wir die Zyklen so betrachten, dass vermutlich mit dem Start der nächsten Wochenkerze, das heißt ab Sonntag, Montagnacht, dort werden wir dann ca. die 25, 28, 26 nochmal piken gegebenenfalls auf den kleineren Timeframes und Doppeltop. Und dann ziehen wir runter. So ist unsere aktuelle Meinung in den Bereich ca. 21. Wir haben es jetzt noch nicht final bemessen. Da benötigen wir dann noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ja, und dann werden wir entsprechend durchstarten und Richtung 30.000 gehen. Das ist unsere aktuelle Meinung und unser Primär-Szenario. Und ja, Bitcoin verhält sich bisher genau wie gestern mit Ihnen geteilt. Vielen Dank, es ist sehr schön. Und wir möchten auch nochmal herzlich willkommen sein an alle, die neu dabei sind. Und auch vielen, vielen, vielen Dank für die ganz, ganz tollen Zuschriften, für den Kurs, für die rege Nachfrage. Ihr seid wirklich der komplette Wahnsinn. Wir möchten wirklich tausend Dank sagen. Ihr seid wirklich der Hammer in Telegram und überall. So tolle Menschen, es macht so Spaß zu arbeiten. Alle schön miteinander und ja, im Februar dann die gemeinsamen Zoom-Calls. Wir möchten Sie ein letztes Mal auf unsere Aktion hinweisen. Diese endet nun heute um 0 Uhr. Das heißt, Sie haben, wenn Sie das Video sehen, noch circa 3, 3,5 Stunden Zeit. Dann wird der Rabattcode automatisch abgeschalten sein. Und für jeden, den das Thema Trading interessiert, das eigene HODL-Portfolio aufbauen. Wie bemesse ich Elliott-Wellen? Wie Elliott-Wellen mit Chart? Wie steige ich in den Kurs ein? Wie kann ich einsteigen in den Trading-Kurs? Wie steige ich aus? All das zeigen wir Ihnen in diesem Kurs. Wir haben Aptos nahezu 100% vorhergesagt. Wir hatten eine ganz tolle Zuschrift hier in dem Bereich der Telegram-Gruppe. Nochmal vielen Dank auch für Ihre allen tollen Worte. Und Sie motivieren uns täglich für diese Arbeit. Schauen Sie sich den Kurs an. Auf unserem YouTube-Kanal befinden Sie sich ein Infovideo. Und dieses Infovideo sagt eigentlich alles nochmal im Detail aus. Dieses Wissen ist über 4.500 Euro wert. Das möchten wir Ihnen mal hier mitgeben. Das heißt, wenn Sie sich wirklich interessieren dafür und wer wirklich an diesem Markt agiert, ist das ein komplettes Schnäppchen. Dann haben Sie das Geld schneller wieder drin, als Sie das ausgegeben haben. So, dann schauen wir uns jetzt mal gemeinsam XRP an. Wir steigen nun ein bei XRP. Wir sehen nun entsprechend Ausbrüche bei XRP. Wir haben sie bereits vor ein paar Wochen angesagt. Die kommen nun jetzt unserer Meinung nach. Und da möchten wir einfach Ihnen mitteilen, wir gehen in den Bereich XRP, steigen wir nun ein. Wir sehen Ausbrüche. Wir sehen Ausbruch aus den 50 Cent. Und wir sehen übergeordnet den Ausbruch auf 82 Cent bei XRP. Das heißt, wir werden jetzt bei XRP eine Verdopplung sehen. Und wir möchten bei XRP nun einsteigen. Und glauben auch jetzt daran, dass das Ganze passt. Denn Sie wissen, wir haben den Insider-Tipp bekommen, dass das DeFi im Hintergrund gerade sehr stark am Kommen sein wird. Gegebenenfalls vielleicht auch erst in einem halben Jahr, wenn alle Zeitungen darüber schreiben. Hier erfahren Sie es nun bereits heute. Und wir möchten an dem Sektor partizipieren. Ebenso kaufen wir H-Bar. Das zeigen wir Ihnen gleich und auch weshalb. Aktuelle Prognose hier bei XRP in den Bereich der 50 Cent. Und nach den 50 Cent wird er komplett ausbrechen in den Bereich 82 Cent. Dann dürfen sich alle XRP-Hodler freuen. Nach dem Video kaufen wir XRP. Dann gehen wir direkt zu H-Bar. Schauen wir uns H-Bar an. Auch hier steigen wir nun ein. Und zwar weshalb steigen wir ein? Zum einen sehen wir hier weitere Ausbrüche. Und zum anderen möchten wir uns hier mal den Chart anschauen. H-Bar hat uns bisher noch nie überzeugt. Aber auch hier der ganze Sektor wird unserer Meinung nach sehr, sehr schön kommen. Wir sehen H-Bar im Aufschwung. Und wir geben H-Bar die Chance, neue All-Time-Heights zu knacken. Und H-Bar wird gegebenenfalls in dieser Season dann auch ein schöner Coin sein. Mit sehr, sehr schönen Ausbrüchen, sehr, sehr schönen Werten. Und deswegen, wir steigen nun ein bei H-Bar. Wir steigen nun ein bei XRP. Und jetzt zeigen wir Ihnen den nächsten Coin. Dazwischen zeigen wir Ihnen kurz noch den Amazon-Ticker. Steigt Amazon ins NFT-Geschäft ein? Der Online-Rieseplan, deine NFT-Initiative. Auch Blockchain-basierte Spiele sollen kommen. Machen Sie sich hier bereit, wenn Amazon einsteigt, wird der komplette Gaming-Sektor eskalieren. Wir geben Ihnen nun einen Hinweis. Einmal IMX und einmal PYSNR. Wir haben die immer wieder auf dem Chart gehabt. Nun kommen die ersten Riesen dazu. Und gehen Sie auf OpenSea, wenn Sie NFT-interessiert sind. Dort können Sie sich NFTs anschauen. Wir werden auch NFTs kaufen. Das heißt, ein NFT stellen wir gegebenenfalls morgen, übermorgen vor. Wir kaufen gegebenenfalls jetzt nochmal ein NFT nach. Wir werden dann sie auch abholen. Falls Sie das interessiert, lassen Sie es gerne mal uns wissen. Ja, und zusätzlich zu dem ganzen Amazon-Bereich schauen wir uns PYR an. Denn dieser Coin wird unserer Meinung nach komplett eskalieren. Mobile Games auf dem Handy. Das Ding ist unserer Meinung nach unschlagbar. Hatte seinen Peak hier oben bei 49 Dollar. Ist jetzt bei 4 Dollar. Und wir gehen davon aus, dass er knapp die 100er packen wird. Hier unser Coin. Deswegen auch hier. Wir sind gerade dabei, entsprechend hier auch noch einzusteigen. Das ist dann unser HODL-Portfolio. Wir haben es dann komplett finalisiert. XRP, H-Bar, IMX sind wir ohnehin schon drin. Und PYR, die drei Coins werden wir noch dazunehmen. Dann sagen wir Danke fürs HODL-Portfolio. Und werden erstmal für das HODL-Portfolio keine weiteren aufnehmen. Aber natürlich im Trading-Sektor wieder in unserer Telegram-Gruppe. Finden Sie alles unterhalb der Videobeschreibung. Kurs, Telegram-Gruppe, BitGat-Link. Und dann können Sie schauen, wo Sie gerne dabei sein möchten. Ja, und dann schauen wir uns noch hier IMX an. Bei IMX möchten wir ganz klar sagen, unser Ausbruch ein Sektor zu früh. Aber hier, schöner Ausbruch, IMX und IMX wird noch richtig Gas geben. Einmal ist das Layer 2 für Ethereum, extrem geil. Und auch hier in dem Bereich NFTs Nummer 1. Und wir haben zwar bei 1 Dollar gekauft, hier oben irgendwo. Aber wir setzen das Ding komplett aus. Und wir sind uns sicher, IMX wird noch viel überraschen. Und einen extremen Run hinlegen. Wir bleiben hier komplett im HODL-Portfolio. Und ja, wir sehen jetzt hier auf 1,20 Dollar eine Korrektur. Und dann schießen wir bei IMX hier hoch auf 2 Dollar. Und dann haben wir auch ein schönes Plus. Sagen Danke und dann freuen wir uns ebenso. Wir gehen davon aus, Altcoins, wir haben es uns angeschaut, auch gestern Ihnen mitgeteilt. Altcoin Party sollte jetzt starten. Bitcoin auf 25,7, 25,8. Und dann sollten wir richtig schöne Ausbrüche sehen, Spaß dabei haben. Und ja, genießen Sie es. Sollten wir in diese Regionen kommen, sollte unsere Vorhersage stimmen, wie immer. Sie wissen, es ist keine Finanzberatung, sondern nur unsere Meinung. Und ja, wichtig bitte an dieser Stelle, auch wenn viele Analysten richtig liegen, falsch liegen, schauen Sie bitte immer nach Ihr Money Management. Und ja, wir können hier nur sagen, viel, viel Spaß an diesem Markt. Wir werden uns langfristig alle gemeinsam freuen, Sie immer mit allen News versorgen. Vielen Dank für jeden Tag mit Ihnen. Und wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abend. Lassen Sie einen Like da. Und wir sagen Danke bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ciao. Ciao.